Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier beim Automobilclub Stein. Wir stehen für 90 Jahre Motorsport. 90 Jahre Motorsport bedeutet für uns an diesem Wochenende drei Veranstaltungen. Die sportliche Metz Rallye Classic mit 118 Teilnehmern, 500 Kilometern Wertungsprüfung. Wir haben 181 Lichtschranken und wir sind unterwegs im schönen fränkischen Land. Seit gestern, 13 Uhr, sind die ersten Fahrzeuge auf die Strecke gegangen. Heute Abend kommen sie entsprechend wieder rein. Jetzt haben wir hier am Platz aktuell unser Oldtimer-Treffen laufen. Da haben wir auch 50, 60 Teilnehmer entsprechend und um die Mittagszeit schicken wir die Teilnehmer der Ausfahrt dann auf die Strecke. Die fahren dann 75 Kilometer, ganz gemächlich, ganz leger. Das ist unser familiärer Teil. Der ist ganz, ganz wichtig, weil an der Stelle machen wir das, was wir am liebsten machen, nämlich Nachwuchs fördern. Jugendliche führen, Motorsport begeistern, schön durch die fränkische Landschaft fahren. Das ist das, was uns doch letztendlich das Herz aufgehen lässt. Die alten Autos sind unser Antrieb, denn Mensch und Maschine und Ingenieurskunst kommen da zusammen. Und die Autos, die wir hier haben, die fahren noch voll autonom eben nicht. Genau das tun sie nicht. Da muss man noch richtig schalten, da muss man richtig arbeiten. Da muss man bremsen und Gas geben, teilweise auch Zwischengas geben, damit die Gänge schön reinkommen. Und das ist doch was, was eine echte Herausforderung ist für den Fahrer. Denn so fahren kann normalerweise jeder mit ABS und entsprechend anderen kleinen Helferlein. Da muss man noch richtig hart arbeiten. Wenn man mit so einem Oldtimer mal zwei, drei Minuten unterwegs gewesen ist, kennt man den Unterschied, vor allen Dingen, wenn man dann wieder ins Alltagsauto umsteigt. Da sieht man, wie komfortabel wir in der Zwischenzeit eigentlich unterwegs sind. Ja, der Automobilclub Stein, ein Verein mit Tradition, nicht nur hier in Stein beim neben dem Palm Beach zu finden, jetzt hier am Wochenende bei mit unserem Oldtimer-Festival, sondern auch die ganze Zeit im Internet unter www.ac-stein.de oder unter Twitter at MetzRally. Ja, so sind wir auch im Social Media unterwegs.